Was möchte ich mir alle Klimaaktivisten und Aktivistinnen und die Klimaschützer und Klimaschützerinnen begrüßen? Wir stehen heute hier, weil wir davon ausgehen und wissen, dass die Wissenschaft die beste Methode ist, um Fakten abzubilden. Und diese Fakten wiederum sind der Untergrund und die Voraussetzung dafür, dass unser Zusammenleben, unsere Zivilisation sich so entwickelt hat, im Bereich Gesundheit, im Bereich Technik, Chemie, Physik, alles Mögliche. Wir stehen heute auch hier, weil es wissenschaftlich bewiesen ist und Fakt ist, dass durch den Menschen gemachte Erdüberhitzung drastische Veränderungen auf uns zukommen werden und wir diese meistern müssen. Und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass der Zug noch nicht abgefahren ist, es ist noch nicht so spät, wir können auch noch etwas ändern. Und wir stehen heute hier am Stadtplatz in Gmünd, weil gesellschaftspolitisch engagierte Waldviertlerinnen und Waldviertler von der Politik auch hier im Waldviertel fordern, dass entsprechende Maßnahmen zur Erhaltung unserer lebenswerten Zukunft ergriffen werden. Heute werden uns Schüler und Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen ihre Projekte, die sie dazu gemacht haben, vorstellen. Hören wir ihnen einfach zu und lassen uns von dieser Zuversicht und von diesem Mut inspirieren. Wir haben eine Kleiderschrankanalyse durchgeführt. Dafür haben wir ca. 80 Frageböden ausgegeben, aber nur 27 sinnvoll ausgefüllte zurückbekommen. Eine unserer Arbeitsgruppen hat sich damit beschäftigt, diese Ergebnisse auszuwerten. Und es ist zu dem Schluss gekommen, dass rund 60% unserer Kleidung im Kleiderschrank nicht getragen werden. Doch woher kommt dieses Problem nun tatsächlich? Wir haben herausgefunden, dass dies in erster Linie durch Fast Fashion entstanden ist. Jeden Tag kommen neue Kleidungsstücke auf den Markt. Die Menge steigt und steigt. Doch der Preis und die Qualität sinken dabei weiter. Niemand denkt darüber nach, was nun mit diesen minderwertigen Mischfasern passiert. Denn man kann sie nicht einfach recyceln. Meistens landen sie nach zweimal Tragen im Müll oder im Meer oder sie werden verbrannt. Die giftigen Stoffe findet man nun in unserer Umwelt. Kreislaufwirtschaft bedeutet, die Produkte und deren Ressourcen länger im Wirtschaftskreislauf zu behalten. Um diese länger zu verwenden und so der Verschwendung von eben in unserem Beispiel Kleidung entgegenzuwirken. Klimaschutz bedeutet gemeinsam zu arbeiten. Klimaschutz bedeutet, die du auch nicht aus. Wir, die HLW Zwettl, sind eine Genussschule und wir achten sehr auf Regionalität und Saisonalität. Uns ist dies bei der Produkterswahl sehr wichtig. Daher haben wir heute folgende Speisen mitgebracht. Ein selbstgebackenes Brot unter Verwendung regionaler Produkte wie Getreide, Kartoffeln und Gewürzen. Dazu einen Erdäpfelkast, der auch ganz typisch für die Region ist. Kostengünstig, lecker und würzig. Und einen Wildkräutertopfaufstrich, Kräuter aus der Natur und topfen wiederum ein Produkt aus dem Waldviertel. Die Welt muss sich verändern. Wir, die zweite Klasse, der Basob Zwettl, haben sich mit den SDGs beschäftigt und ein Projekt für sie vorbereitet. SDGs, das steht für Sustainable Development Goals, also zu deutsch nachhaltige Entwicklungsziele oder auch Transformation unserer Welt. Diese sollen weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung dienen. Diese Ziele können nur erreicht werden, wenn wir alle in unseren Lebens- und Wirkungsbereichen an ihrer Umsetzung arbeiten. Die größte Plastikinsel im Meer ist so groß wie der wangobäische Kontinent. Vögel und Meeresziele verhungern mit einem magenvoller Plastik. Jeder Mensch ist höchentlich fünf Standplastik, das entspricht dir nämlich einer Kreditkarte. Le eingetrieren. Was willst du? Climate justice! When willst du? Now! Was willst du? Climate justice! Wenn willst du? Now! Vielen Dank. Alle Menschen soll es gut geben, ja genau, ja genau, ja genau, ja genau, ja genau, singt es lauter, immer lauter, damit es alle gut verstehen. Singt es lauter, immer lauter, damit es alle gut verstehen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.